Musik So, hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir uns die Rekursion mal etwas genauer anschauen. Rekursion ist unter Umständen nicht ganz das Einfachste zu verstehen, aber ich versuche es anhand von Beispielen möglichst einfach zu machen. Ein normaler Funktionsaufruf funktioniert im Allgemeinen so, dass es eine Funktion gibt, die etwas macht, vielleicht auch etwas berechnet, etwas zurückgibt und hierzu möglicherweise sich andere Funktionen bedient, also Hilfsfunktionen wiederum aufruft. In diesem Beispiel haben wir eine Funktion A, die eine Funktion B aufruft, B ruft wiederum C auf und C ruft D auf. Das ist ganz normal. Eine Funktion ruft einfach eine andere auf. Das Besondere nun an rekursiven Funktionen ist, dass sie sich selbst aufrufen. Ja, also der Caustec in diesem Fall ist so, dass sich die Funktion immer wieder selbst aufruft und in diesem Fall hätten wir, wie unschwer zu erkennen ist, eine Endlosschleife. Zwischen Rekursion und iterative Implementierung kann man oftmals auch switchen, also hin und her wechseln. Man kann viele Sachen, die man rekursiv implementiert, auch prozedural, iterativ implementieren oder umgekehrt. Damit es in diesem Fall nicht zu einer Endlosschleife kommt, ist es wichtig, dass eine Rekursion ein entsprechendes Abbruchkriterium hat. Also wann soll die Funktion aufhören, sich selbst wieder aufzurufen und das Ergebnis entsprechend liefern. Also eine rekursive Funktion besteht aus der Funktion selbst und immer aus einem Abbruchkriterium. Dann gibt es auch keine Endlosschleife mehr. So, eine indirekte Rekursion gibt es auch noch. Also erst hatten wir eine direkte Rekursion. Eine indirekte Rekursion wäre in diesem Fall die Funktion A ruft die Funktion B auf und die Funktion B wiederum die Funktion A. Also die Rekursion geht sozusagen übers Eck. Das geht auch über mehrere Schritte natürlich. Okay, wie sieht das jetzt zum Beispiel aus? Wo braucht man so etwas? Angenommen, wir haben ein Dateisystem, wo wir einzelne Ordner haben, wie hier in gelb dargestellt, Obst, Gemüse und Getränke. Im Ordner Obst sind dann wieder entsprechende Unterordner, wie zum Beispiel Steinobst oder Beeren. Im Gemüse sind direkt Dateien enthalten. In Getränke sind wiederum Ordner enthalten, wie alkoholische Getränke, nicht-alkoholische Getränke. Im nicht-alkoholischen sind zum Beispiel wieder Dateien enthalten oder auch Unterordner, wie zum Beispiel eben in diesem Fall Sodas. Was ist nun, wenn wir die Anzahl der Dateien in allen Ordnern sehen wollen? Oder wenn wir die Größe eines Ordners bestimmen wollen, dann müssen wir auf der einen Seite alle Ordner durchgehen, die in der Hauptebene sind. Aber wir müssen auch alle Ebenen durchgehen, also alle Ordner durchgehen in der nächsten Ebene, in der braunen in diesem Fall. Und dann natürlich auch wieder in der nächsten Ebene und nächsten Ebene und nächsten Ebene. Normalerweise im Algorithmus wissen wir jedoch nicht, wie viele Ebenen es sind. Daher ist es schwierig zu sagen, wie viele verschachtelte Schleifen wir benötigen würden. Und hier bietet sich eine Rekursion an. Also um Verzeichnisse zu durchsuchen, brauchen wir eine Rekursion. Aber auch, wenn es darum geht, in einem Grafikprogramm alle ähnlichen Pixel zu einem bestimmten Pixel zu selektieren. Das ist der beliebte Zauberstab in den verschiedenen Grafikprogrammen. Oder auch, um eine entsprechende Region in Mainzweeper zu öffnen. Oder auch, um zu bestimmen, ob ein Weg in einem Grafen existiert. Dazu haben wir bereits ein Video gemacht. Oder auch in vielen anderen Situationen sind Rekursionen vom Vorteil. Aber auch mathematisch gibt es Rekursionen. Und auch mathematische Funktionen werden gern rekursiver definiert. Wie in diesem Fall die faktorelle oder die Fibonacci-Folge. Und auch hier sieht man bei der faktorellen, beziehungsweise beim Fibonacci, auch gleich das Abbruchkriterium. Das ist immer in der ersten Zeile. Also die faktorelle ergibt dann 1, wenn x gleich 1 ist. Ansonsten x mal der faktorelle der vorhergehenden Zahl. Das ist eine rekursive Definition. Das sieht man, in der die Funktion sich selbst in der Definition wieder beinhaltet. Beim Fibonacci ist es das Gleiche. Doch wie löst der Commuter das jetzt auf? Machen wir ein kleines Beispiel. Mathematisch, da es hier relativ simple ist und relativ einfach erklärt, oder einfach erklärt zumindest. Die faktorelle von 4 ergibt 4 mal faktorelle von 3 mal faktorelle von 2 mal faktorelle von 1. Also muss der Commuter als erstes die faktorelle von 3 wieder aufrufen. Und faktorelle von 3 ergibt faktorelle von 2 mal faktorelle von 1 und natürlich die 3 nicht vergessen. Aber auch hier ist wieder die Funktion selbst vorhanden und definiert, also faktorelle von 2. Und die wird berechnet mit 2 mal faktorelle von 1. Also es wird das. Die Multiplikation wird ja von links nach rechts ausgeführt. Also lösen wir das entsprechend, wie hier dargestellt, auf. Er berechnet zuerst das faktorelle von 1, multipliziert dann 1 mal 2. Das wird das Ergebnis von faktorelle von 2. Und das wird hier entsprechend dann das Ergebnis sozusagen eingesetzt. Ja, dann bleibt noch hier über faktorelle von 1. Auch diese wird wieder aufgerufen. Der 1er wird zurückgegeben. Und dann wird die Multiplikation dieser drei Werte ausgeführt. Jetzt haben wir aber nur das braune sozusagen, also faktorelle von 3 berechnet. Das gleiche muss er natürlich auch noch machen für das faktorelle von 2. Und nicht zuletzt für das faktorelle von 1. Also rekursiv ruft er die Funktion, wie man hier hoffentlich etwas erkennen konnte, immer wieder auf. Und solange kein konkretes Ergebnis vorhanden ist, sondern ein Funktionsaufruf vorhanden ist mit einer bestimmten Zahl, wird entsprechend weitergemacht und ein neuer Aufruf gemacht, wo er wieder tiefer einsteigt. Bei 1 ist er eben immer zurückgesprungen, da die Definition, wie oben ersichtlich, auch zeigt, das faktorelle von 1 ergibt 1 genau dann, wenn x 1 ist. Und das ist sozusagen unser Abbruchkriterium. Ich hoffe, mit diesem kurzen Video ist es ein bisschen, ein klein bisschen eingänglicher geworden, was das soll mit den ganzen rekursiven Funktionen, was es soll mit diesem rekursiven Abstieg, beziehungsweise auch, wo man das vielleicht auch wirklich brauchen kann. Wie gesagt, hier nur ein paar Beispiele. Es gibt natürlich noch viel mehr zu sehen. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Implementierungen sehen wollt, andere Beispiele sehen wollt, etc., schreibt es in die Kommentare und lasst ein Abo her. Eins vielleicht noch kurz zur Zusammenfassung. Rekursive Algorithmen rufen sich selbst erneut auf, benötigen eine Abbruchbedienung, sind oftmals kürzer als iterative Implementierungen und durch diesen rekursiven Abstieg jedoch auch etwas schwerer zu debagen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.